Ja, ich freue mich, heute wieder hier vorne zu stehen und ich freue mich auch auf das Thema von heute. Ich würde vorschlagen, bevor wir anfangen, könnten wir einmal aufstehen und dann bete ich noch kurz vor der Predigt. Herr Vater, ich bitte, ich schenke du bitte offene Herzen, schenke mir ein freies Wort und einfach viel Aufnahmebereitschaft jetzt. Amen. Ja, das ist das Thema, was wir seit ein paar Monaten behandeln und das Thema heißt, Gott redet durch Gleichnisse. Das ist der Oberbegriff über das Ganze und im ersten Vortrag haben wir uns damit beschäftigt, ja warum redet Jesus überhaupt in Gleichnissen? Das war der erste Teil, den wir uns angeschaut haben, dann haben wir uns den zweiten Teil angeschaut und dann angefangen mit einem Thema und erstmal angefangen mit drei Punkten, die über das ganze Thema Gleichnisse praktisch steht und haben ein Prinzip festgestellt in drei Punkten und das war erstmal Lesen, Hören, Sehen. Jesus sagt, wir haben alle Ohren, wir haben alle Augen und wir haben auch alle Zugriff auf eine Bibel. Wir haben alle die Möglichkeit, Gottes Wort aufzunehmen. Dann ist es aber ein Unterschied, dass was wir in der Bibel stehen haben oder was wir von, auch ihr jetzt hier, ihr habt die erste Voraussetzung, habt ihr jetzt erfüllt. Ihr seid alle hier, ihr könnt mich alle hören. Dann ist aber ein nächster Schritt, dass wir das Gehörte auch verstehen, das ist ein Unterschied und dann auch umsetzen können. Und um das Ganze ein bisschen bildlich zu machen, habe ich so ein Schwimmbecken genommen, so eine Schwimmolympiade. Ich bin vielleicht bereit, wenn ich auf meiner Startposition stehe, aber wenn ich zu spät gekommen bin zu diesem Wettschwimmen und noch mit meiner Winterjacke da auf diesem Höcker stehe, bin ich nicht bereit, jetzt gleich loszuschwimmen. Wenn ich aber dann bereit bin, also eine richtige Form habe mit so einer Gummihaube auf dem Kopf, dann bin ich wirklich bereit, das Rennen anzutreten und auch dann was umzusetzen und dann einen Platz zu errangen. Das war die Grundlage, die wir hatten und das Thema Geld, damit haben wir angefangen. Wir schauen uns an, was Jesus an Gleichnissen geredet hat, wo er gesagt hat, ey Leute, ihr könnt etwas hier auf der Erde investieren für das Leben nach dem Tod. Und direkt mit dem schwierigsten Thema, Thema Geld, haben wir angefangen mit Lukas 16. Ja. Wir haben vier Wahrheiten des Geldes festgestellt, ich wiederhole die mal. Grundsätzlich baut diese ganze Serie, die ich habe, die baut aufeinander auf. Das heißt, man kann sich super jetzt den ersten Vortrag dann online auf YouTube anschauen und dann hat man so eine ganze Kette, damit man das versteht. Aber grob haben wir vier Wahrheiten über das Thema Geld festgestellt. Die erste Wahrheit war, unser Besitz, den wir auf der Erde haben, der ist gering im Vergleich zu dem, was wir im Himmel dafür bekommen werden. Also ich hatte dann diese Geldscheine hier mit, in verschiedenen Währungen, eine kroatische Währung hat einen niedrigeren Wert als der Euro. Und so wird es auch so einen Umrechnungsfaktor geben. Und wir werden im Himmel was viel Größeres bekommen. Die zweite Wahrheit war, dass uns das Geld gar nicht gehört, dass wir nur Verwalter des Geldes sind. Das ist von Gott gegeben. Der kann auch morgen sagen, ja, jetzt ist der Euro, der fällt zusammen. Ihr dürft kein Gold mehr. Kann man Gold vergraben unter seinem Haus, wie viel man will. Dann sagt der Staat, nee, ihr dürft das nicht, Gold darf man nicht mehr einsetzen. Und dann ist unser ganzes Vermögen ist dann futsch. Also es ist von Gott anvertraut. Er hat uns das gegeben und jedem auch unterschiedlich viel gegeben. Die dritte Wahrheit war, wie wir auf der Erde mit dem Geld umgehen. Wir sind ja nur Verwalter. Wie wir das Geld verwalten, dass wir die Grundlage dafür sein, was wir an Lohn dann dafür bekommen werden. Gott schaut also, wie wir mit dem Geld umgehen und dabei ist es wichtig, wir haben nur zwei Möglichkeiten, wem wir dienen können. Weder investieren wir das Geld für Gott oder wir genießen das schon hier auf der Erde. Es gibt nichts dazwischen, auch nichts außerhalb. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, dass die Herzenseinstellung, das ist das Wichtigste. Und diese vier Wahrheiten, die können wir zusammenfassen. Wir können jetzt zusammenfassen, diesen Satz aufklären. Das ist praktisch die Lehre, was Jesus gesagt hat. Wenn du deine Hoffnung auf Gott gesetzt hast, nicht auf irdische Besitztümer, und du das Geld als ein vorübergehendes Geschenk von ihm ansiehst, dann wird deine erste Frage beim Umgang mit Geld sein, wie wirtschafte ich, wie verwalte ich mein Geld so, dass als erstes Gott gedient wird. Also Gott muss auf Nummer eins stehen. Das ist die ganze Lehre praktisch, die dahinter steckt. Und jetzt kann man sich fragen, wie komme ich jetzt von dem Verstehen, wie komme ich jetzt zur Umsetzung? Das wollen wir uns heute anschauen, darum geht es heute. Wir haben uns also mit der Lehre beschäftigt, und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir das Ganze finden in der Bibel, wo wir die Umsetzung finden können. Und da frage ich jetzt an euch eine Frage. Ihr könnt jetzt einfach reinrufen. Wo können wir sehen, wie das umgesetzt werden kann? Wo können wir sehen, wie mit Geld umgegangen werden kann? In der Bibel, wo können wir das lesen? Ratet mal. Einer die Idee? Ja, das war die Lehre. Das war die Lehre. Aber wo sehen wir jetzt die Umsetzung? Ja, auch. Aber wir sind ja alle Christen. Wir leben ja nicht damals. Wir sind ja unter der Zeit der Gnade. Wo können wir sehen in der Bibel, wie die Christen das umgesetzt haben? In der ersten Gemeinde. Ja. In den ersten Gemeinden, in den jungen Gemeinden, dort sehen wir das am eindeutigsten, wie dann die Umsetzung passiert ist. Und das beschreibt Apostel Lukas ganz einleuchtend. Einleuchtend. Und dazu wollen wir mal zusammen Apostelgeschichte 4 aufschlagen, Abvers 32. Und das mal zusammen lesen. Das wird auch vorne angezeigt. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis, von der Auferstehung des Herrn ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häuser waren, verkauften sie und brachten den Preis für das Verkaufte. Und legten es nieder zu den Füßeln der Aposteln. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyper von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Hier haben wir jetzt ein ganz klare Beispiel dafür, wie die mit ihrem Geld umgegangen sind. Und kannst du nochmal Vers 34 einblenden gleich. Und jetzt stellt sich noch eine Frage, da könnt ihr jetzt wieder reinrufen, wenn ihr diesen Vers jetzt seht. Wie sah das praktisch aus? Wir müssen jetzt ganz logisch denken, das waren ja Menschen wie wir, das war eine Gemeinde, ein bisschen größer wie wir. Wie haben die das ganz praktisch gemacht? Was hat ein Christ gemacht, wenn er zum Glauben gekommen ist? Was schließt ihr? Wenn ihr das so lest. Ja, steht ja da. Aber wie, Dominik, wie denkst du, haben die das gemacht? Also der Christ kam zum Glauben und dann haben alle Christen gesagt, da kamen ja 3000 auf einmal zum Glauben. Was haben die dann gemacht? Alle dann auf einmal ihre Häuser verkauft, ihre Acker? Nein, sie steht ja ganz klar. Sie zählten das nicht so, dass es deren Eigentum war. Heißt nicht, dass sie es nicht verkauft haben. Richtig. Weil wir müssten uns das mal praktisch vorstellen. Was würde passieren, wenn jetzt 5000 Mann plus Frau 10.000 Leute plus jeder hatte dann noch 10 Kinder, könnt ihr euch vorstellen? Überlegt mal, alle diese Menschen, die verkaufen jetzt alles. Man könnte das jetzt lesen, ja? Die verkauften alles und brachten es den Aposteln. Was würde dann passieren? Man könnte jetzt argumentieren, ja, vielleicht haben die in so einer riesen WG gewohnt, aber dann will ich mal sehen, wie die mindestens 15.000 Menschen da, wie die die auch versorgt haben. Also ganz praktisch muss man das sehen. Wo sollten die dann wohnen? Und dazu müssen wir jetzt was klären. Wir müssen zu meiner Folie jetzt zurück und mal gucken, was denn im Vers 34 gemeint ist. Und zwar wird das Wort, was hier für Verkaufen verwendet wird, das wird im Griechischen im Imperfekt geschrieben. Das ist jetzt ein bisschen Grammatik. Im Deutschen kann man das nicht so gut ausdrücken, aber das beschreibt ein fortdauerndes Ereignis. Also etwas, was immer wieder geschah. Also nicht ein Zeitpunkt. Also wir sollen nicht das so verstehen, dass ein guter Christ, der verkauft jetzt all sein Gut, denn dann landen wir ganz schnell, dass wir sagen können, ja, ebenso ein christlicher Kommunismus. Das könnten, manche Leute deuten das auch so, aber es war keine Umverteilung, die stattfand. Davon lesen wir wirklich nichts. Wir dürfen die Einstellung, die wir zum Geld haben, nicht als eine Aufhebung des Privateigentums sehen. Das Privateigentum wird nicht aufgehoben, so wie du es gesagt hast, Jascha. Das ist nicht, dass wir jetzt alles verkaufen müssen. Wir lesen nirgends einen Zwang, dass ein Christ sein Geld abgeben muss jetzt, dass es nicht mehr seins ist. Wir haben zwar das Gebot des Zehnten, dass man seinen Zehnten teilgeben soll, aber das entstammt aus dem Gesetz des Sinais. Und wir lesen immer, dass es eine freiwillige Entscheidung war. Es steht, die Leute haben ihre Äcker verkauft und ihre Häuser verkauft und brachten es den Aposteln. Da steht nicht, dass das eine Anweisung war, ihr sollt das jetzt machen. Es ist immer eine freiwillige Entscheidung, und die Gemeinschaft bestimmte erst dann, als es den Aposteln übergeben wurde. Mit der Übergabe, dann hat man gesagt, es ist jetzt nicht mehr mein Privateigentum, sondern es gehört jetzt der Gemeinschaft. Und der dritte Punkt, es wurde gleichmäßig verteilt. Wir lesen in Vers 35, so wie einer Bedürfnis hatte. Nicht, dass das jetzt einfach aufgeteilt wurde, auf alle ein bisschen gleichmäßig, dass keiner mehr Not hatte, sondern es wurde nach Bedürfnissen aufgeteilt. Und somit sehen wir, dass es immer noch Unterschiede gibt in der Gemeinde, zwischen manchen Leuten, die wohlhabender sind, und manchen Leuten, die nicht so wohlhabend sind. Aber die sind alle nicht bedürftig. Warum ist das so? Gott hat das so gegeben, weil er souverän ist, dass es unterschiedliche, auch in der Gemeinde gibt Leute, die einen sind reicher, die anderen sind weniger reich. Das gibt er, das hat er frei so entschieden, weil er jedem sein Geld gegeben hat. Und den einen hat er so viel gegeben zu verwalten, dem anderen weniger. Das lesen wir, Olga, auch in dem Gleichnis. Da steht das. Und jetzt eine wichtige Sache noch. Dazu lese ich einen Kommentar. Viele argumentieren und rechtfertigen sich damit, dass sie sagen, dass dieses Teilen der Güter, was wir hier beschrieben haben in Apostelgeschichte, dass das nur auf die Urgemeinde beschränkt war und kein Beispiel für uns darstellt. Aber eine solche Argumentation stellt eigentlich nur unsere geistliche Armut bloß. Wenn wir die geistliche Kraft von Pfingsten in unseren Herzen tragen würden, dann würde unser Leben auch die Früchte von Pfingsten erkennen lassen. Also es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, diese freiwillige Entscheidung, sein Geld jetzt zu geben. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes und ist für uns immer noch so aktuell, weil der Heilige Geist, der ist in uns allen gleich. Der hat damals gewirkt, der wirkt heute. Also es ist nicht nur auf die Urgemeinde beschränkt. Aber jetzt können wir uns fragen, ja okay, wie sieht diese Frucht denn jetzt aus? Wir haben jetzt das Beispiel der ersten Christen. Wie sieht diese Frucht jetzt konkret aus? Die haben das Geld gegeben, aber wofür haben die das gegeben? Wann sollten wir Geld geben? Wenn wir sehen, dass jemand Not hat. Dazu lesen wir jetzt Apostelgeschichte 2, Vers 45 einmal kurz. Und sie verkauften die Güter und Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Auch in Vers 35, was wir hatten, in Apostelgeschichte 4, Vers 35, 30 lesen wir, und sie legten es nieder zu den Füßen der Aposteln und es wurde jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte oder so wie einer Not hatte. Und in Apostelgeschichte 11, Vers 29, da lesen wir von einer Hungersnot, die war in einer Gemeinde in Antiochia. Und Vers 29, Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütet war, hier lesen wir wieder den Unterschied, dass es Unterschiede gibt, die Jünger waren unterschiedlich begütet, und je nachdem einer begütet war, jeder von ihnen zur Hilfsleistung der Brüder, der wohnte, etwas senden sollte. Und sie taten das, indem sie das den Ältesten senden durch Barnabas und Saulus. Hier drei Stellen, wo wir sehen, dass gegeben wurde, wenn jemand Not hatte. Dann der zweite Punkt, Unterhalt der Diener Gottes. Dazu wollen wir jetzt 1. Korinther 9 lesen, aber ich picke das raus, ihr könnt das ganze Kapitel eigentlich bis Vers 18 lesen. Aber ich will Vers 11 beleuchten. Vers 11, dort steht, wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir noch von euch das Irdische ernten? Das sagt Paulus in Bezug. Und dann Vers 14, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Lesen wir das Paulus. Er sagt hier, die Leute, die das Evangelium verkündigen, die haben das Anrecht. Das ist immer so ein blödes Wort, wenn man sagt, ja jemand hat ein Recht darauf. Aber es ist eigentlich was Gutes und wir tun das aus uns heraus, das Ding geben. Das kommen wir noch später zu. Aber wir lesen, dass Paulus sagt und was Jesus auch gesagt hat, dass diejenigen, die das Evangelium verkünden, die sollen auch davon leben können. Und nochmal zurück zur Folie. Der Dienst Gottes ist vielseitig. Ich habe extra geschrieben, der Diener Gottes. Dabei ist nämlich zu erwähnen, die Evangelisation, der Gemeindebau, die Gemeindeleitung und die Mission weltweit. Und wir lesen auch eigentlich viele andere Stellen, wo der Dienst Gottes beschrieben wird. Aber diesen Dienst, den sollen wir unterstützen mit finanziellen Gütern und den Unterhalt der Diener Gottes gerade auch mittragen. Und wir haben noch zu erwähnen, auch die Prediger und gerade der Gemeindebau, der damals auch war in den Gemeinden, wo dann die Gemeinde in Philippi, wo dann Lukas für, ich weiß nicht, längere Zeit auch da geblieben ist und die Leute, die mussten ja irgendwie finanziell unterstützt werden. Jetzt haben wir ein bisschen die Praxis beleuchtet. Das ist jetzt die Praxis, die wir haben. Wir sollen Geld geben. Das ist jetzt, könnte man jetzt meinen, hier könnten wir aufhören, ja, diese zwei Punkte. Fertig. Das ist die Frucht des Geistes, die wir hier haben. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter rauszoomen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal einen Grundsatz feststellen. Wir haben jetzt die Lehre gehört, die wir von Jesus bekommen haben und wir haben jetzt die Frucht, die Umsetzung gesehen. Aber der Grundsatz ist, dass zu jeder Lehre, die wir haben, muss es auch eine Praxis irgendwo geben. Man könnte sich ja hier vorne hinstellen und nur die Lehre verkündigen und sagen, ja, ja, so steht das in der Bibel, so und so und so und so sollen wir leben. Punkt. Dann habe ich jetzt die ganzen Informationen zu dem Thema und weiß jetzt, was die Bibel sagt. Aber ich frage mich jetzt, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie kann ich das jetzt praktisch umsetzen? Aber genauso kann es auch umgekehrt sein, dass ich nur die Praxis sage und mich hinstelle und nur sage, ja, so und so und so könnt ihr das machen, das ist die Praxis, so haben die das die Gemeinden gemacht. Ich will es mal kurz verdeutlichen. Ich weiß nicht, ich bin ja wahrscheinlich noch näher meiner Kindheit dran als die meisten. aber wenn die Eltern gesagt haben, ja, du sollst das so und so machen und man hat das als Kind nicht immer verstanden und die Eltern haben gesagt, ja, okay, die wussten, das ist gut für das Kind, das ist nicht gut für das Kind und haben dementsprechend dann auch mich erzogen. Aber ich wusste nicht immer, was dahinter steckt. Also ich hatte nur die Praxis und ich habe dann als Kind immer gesagt, nein, ich mache das erst, wenn ich verstanden habe, warum ich das machen soll. und genau das ist das. Man kann auch nur die Praxis beleuchten und dann weiß man nicht, was die Lehre dahinter ist. Wir brauchen beides, ganz wichtig, wir brauchen die Lehre und wir brauchen die Praxis. Und wie kommen wir jetzt von einem zum anderen? Erstmal nochmal beleuchten. Wir hatten die Lehre, diesen Satz, den wir hatten und wie wir das verstanden haben, haben wir auch die Umsetzung gesehen, die Punkte, die wir dort hatten. Wie komme ich jetzt von einem zum anderen? Wie so oft, das Wichtigste fehlt hier noch, ich brauche die richtige Herzenseinstellung, um von dem einen zum anderen gelangen. Denn ich könnte jetzt gesetzlich werden und sagen, ja, ich mache die Umsetzung, weil die Lehre das sagt. Und dann könnte ich gesetzlich werden und sagen, ja, ich gebe meinen Zehnten, ich gebe jeden Sonntag so und so viel in den Klingelbeutel und dann wird das zu einer gesetzlichen Routine und da steckt aber nichts hinter. Dann habe ich die falsche Herzenseinstellung. Wir brauchen die richtige Herzenseinstellung, weil sonst wird es später vom Gericht bei Gott heißen, weil Gott richtet dann, das war also in Bezug dazu, die Predigt vom letzten Sonntag von Andreas, Gott wird dann da stehen und dann wird geguckt, ja, stehst du im Buch des Lebens? Und dann geht es für uns Christen weiter zum zweiten Buch, wo das ganze Leben aufgeschrieben ist und dann wird unterschieden zwischen den guten und den bösen Werken und von Andreas haben wir gelehrt, das Wort Böse heißt unnütz oder unwirksam. Also es wird geguckt, welche Werke zählen vor Gott und welche nicht. Wo ist die richtige Herzenseinstellung, wo nicht und dort, wo nicht die richtige Herzenseinstellung ist. Auch wenn das äußerlich vielleicht so aussieht, dass ich die Frucht, dass ich das umgesetzt habe, Gott weiß es und du weißt es und wir wissen es vielleicht nicht vom Äußerlichen betrachten. Aber dort wird dann gerichtet und dann kriegen wir unseren Lohn danach. Wir brauchen die richtige Motivation, warum wir Geld geben, damit sie vom Herzen kommt und damit diese Investition auch zu einem wertvollen Schatz wird. Das ist wie ein Rahmen, der um das gespannt sein soll. Und diese Motivation ist also in gewisser Maßen ein Schlüssel zu dem wahren Schatz. Und schauen wir uns doch jetzt mal an, aus welcher Motivation wir die Werke tun sollen. Welche Motivation brauchen wir für die Umsetzung? Dazu wollen wir einmal uns anschauen. Johannes 13, Vers 34 bis 35. Einmal kurz lesen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir lesen 1. Korinther, diesen üblichen Trauvers, den 13, lesen wir, wie die Liebe aussehen soll. Oder wie die wahre Liebe aussieht. Dass wir die Bedürfnisse des Anderen, dass die Bedürfnisse des Anderen wichtiger sind als unsere Bedürfnisse. Dass wir den Anderen ertragen, auch wenn uns das gerade nicht passt, wie der Andere sich verhält. Dass wir zurechtweisen können, und zwar nicht, um auf die Sünde hinzuweisen, sondern um auf Christus zu zeigen. Weil wir den Anderen in Liebe erbauen wollen. Weil uns das Wohl des Anderen und auch die Beziehung zu Gott vom Anderen ist uns wichtig. Und deswegen ermahnen wir dann auch. Und so soll die Liebe aussehen. Eine untergeordnete Stellung. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 32, unseren Text, den wir jetzt schon mehrere Male gelesen haben, da steht, in Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig wurde, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei. Und so weiter. Wir lesen ein Herz und eine Seele. Und aus dieser tiefen Liebe und Verbundenheit zueinander, ein Herz und eine Seele, wie enger geht es dann noch, wenn man eine Seele ist, und aus dieser tiefen Herzenseinstellung, die wir haben, aus dieser tiefen Verbundenheit, aus dieser Liebe zueinander, resultiert, dass wir unser Geld gerne geben. Wir lesen zuerst, sie waren ein Herz und eine Seele, und nicht einer von ihnen hatte irgendeinen Mangel. Es resultiert daraus. Jetzt nochmal die Folie. Die Liebe in der Gemeinde also. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Ich finde, die Liebe, das ist somit das Wichtigste. Und mein Anspruch ist, das ist jetzt, was auf mich bezogen ist, dass ich zu euch allen sagen kann, und ich bin in der Umsetzung, Leute, dass ich von mir Tag für Tag sagen kann, Leute, ich liebe jeden Einzelnen von euch, ich versuche jetzt, in so viele Gesichter reinzuschauen, wie ich kann, ich liebe jeden Einzelnen von euch, mit euch ganz persönlich, und das soll das sein, wonach wir alle bestrebt sind. Und wie toll wäre das, wenn Gott später sagen kann, ja, Harschheit, die waren ein Herz und eine Seele. Und wenn Gott über jede Gemeinde sagen kann später, ja, die waren ein Herz und eine Seele. Wie toll ist das? Und was für ein hoher Anspruch an uns, finde ich. Das ist der Punkt 1, in Rot, die Liebe. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, den wir haben, Menschen, die gute Nachricht bringen wollen. In Lukas 16, Vers 9, braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, dort, wo war ich, in Lukas 16, Vers 9, das war das, was wir letztes Mal beleuchtet haben, das Gleichnis vom ungetreuen Verwalter, da lesen wir, dass wir unser Geld, unser Besitz, einsetzen sollen dafür, um Menschen für Christus zu gewinnen. Wir sollen uns Freunde machen mit dem ungerechten Mammon. Das ist die erste Stelle. In Römer 10, das können wir jetzt aufschlagen, Römer 10, Vers 14 bis 15, da lesen wir, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn niemand gesandt, wenn nicht gesandt wird? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Wir brauchen jemanden, der das Evangelium weiter trägt. Das soll jeder von uns sein, aber wir wissen von der Mission, vom Open Doors Gottesdienst, von so vielen Diensten, die in unserer Gemeinde sind. Und Gott sagt, Paulus sagt, ja wie schön sind die Füße derer. Was heißt das? Ich deute daraus, wie schön ist das, dass wir hier hinkommen und uns einsetzen für Gott. Dass wir auch untereinander das mit Geld unterstützen. Dass hier so schöne Veranstaltungen in diesem Gebäude passieren können. Die Kinderstunden, die Jugendarbeit, die Hauskreise. Generell auch, ich finde, eine der schönsten Sachen, dass das Evangelium weitergegeben wird an die nächste Generation. Weil das hat Andrit Höfs gesagt mal, wir sind nur eine Generation davon entfernt, dass das Evangelium untergeht. Weil wenn die nächste Generation das nicht mehr hat, wer soll es dann weitergeben? So viel dazu. Also das finde ich ein wunderschöner Punkt, wie Paulus das sagt, wie schön sind die Füße. Aber wir müssen das unterstützen irgendwie. Das muss irgendwie unterstützt werden, dass das weitergegeben werden kann. Und der Missionsauftrag sagt das auch schön in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wir werden die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns gekommen ist. Und wir werden seine Zeugen sein und dann in Jerusalem, in Judäa, in Samaria bis ans Ende der Welt. Also angefangen in, die Christen damals in Jerusalem, dann bringt das nach Israel und dann bringt das nach Europa und in die ganze Welt. Und so auch für uns. Wir sollen bei uns anfangen, im größeren Umkreis und da, wo wir können, das weitergeben. Das ist unser Auftrag, den wir haben. Unser Missionsauftrag. Das ist der Unterpunkt, den wir dort haben. Der letzte Punkt ist, das ist auch eine Motivation, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln. Und das ist jetzt ein besonderer Punkt. Wir hatten jetzt die anderen zwei Punkte gehabt. Die Liebe finde ich im Fokus, weil wir auch aus der nächsten Liebe den Menschen das Evangelium bringen wollen, weil das Gottes Wille ist, dass alle Menschen errettet werden. Und dann haben wir jetzt den letzten Punkt, dass wir uns Schätze sammeln können im Himmel. Also das ist noch so on top. Die Kernpunkte, finde ich, sind die Liebe und die Liebe zu dem Nächsten. Und dann sagt Gott noch, ja und dafür kriegt ihr dann nochmal Schätze. Und das ist ja dann nochmal so wie so eine Gehaltserhöhung. Ja toll. Ich kann das jetzt aus Liebe heraus, weil ich den anderen wirklich tief lieben will. Das ist ja schon fast belohnen genug, finde ich, dass wir dann eine wunderschöne Gemeinschaft haben und Liebe vom Nächsten dann empfangen können. Aber dann sagt Gott noch, ja dafür gibt es noch Schätze. Und im Gleichnis vom ungetreuen Verwalter haben wir das gelesen, dass wir vorausschauend denken sollen. Nicht nur auf unsere Rente bedacht, sondern auf die Ewigkeit. Und das soll unser Motivator sein, uns auch Schätze zu sammeln im Himmel. Und wir lesen in Matthäus 6, Vers 19, einmal kurz mitlesen. Sammelt euch Nichtschätze auf der Erde, wo Motten und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Unser klarer Aufruf von Jesus, uns Schätze zu sammeln im Himmel. Es wird geboten in 1. Timotheus 6, Vers 17 können wir lesen den Reichen in der gegenwärtigen Zeit Laufgebiete. Und ich finde ganz ehrlich, wir sind alle reich hier im Westen. Also wir haben Wohlstand. Das kann man nicht anders sagen, wenn wir uns vergleichen. Sind wir damit gemeint, Gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigiebig zu sein, mitteilsam, in denen sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln und das wirkliche Leben zu ergreifen. Wir sollen uns eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ein gutes Schätzekonto, wenn ich sagen könnte, für die Ewigkeit. Und im Himmel werden wir unseren Lohn empfangen und dieser wird unterschiedlich ausfallen. Das haben wir gelernt. Und dein Einsatz und deine Investition wird entlohnt. Und das nochmal, das ist eine super Motivation. So on top kriegen wir dann nochmal Schätze. Das ist auch ein Motivator. Und jetzt haben wir ein volles Bild. Wir haben ein volles Bild. Das sieht so aus. Und da sehen wir jetzt nochmal. Wir haben die Lehre, wir haben die Frucht und wir haben die Motivation, die das alles umrahmen soll. Und jetzt eine Frage. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Zu dem, was jetzt an uns gerichtet ist. Hast du Gottes Lehre, Gottes Willen, hast du den verstanden? Hast du verstanden, wenn das unsere Hoffnung, dass wir auf Gott setzen sollen, dass unser Eigentum, was wir haben auf der Welt, das kann im nächsten Moment weg sein. Hast du diesen Satz verstanden? Kannst du das unterschreiben, dass du sagst, ja Gott soll an erster Stelle stehen, wenn es darum geht, wie ich mit meinem Geld, wie ich das verwalte? Weil es gehört ja eh ihm. Hast du die richtige Motivation in dir? Hast du diese Liebe in dir? In der Gemeinde gerade? Arbeitest du persönlich darauf hin, dass du ein Teil bist, ein Herz und eine Seele? Oder blockierst du das irgendwo? Ist dir die Errettung anderer Menschen so wichtig, wie es Jesus ist? Oder sagst du, ja, ich behalte das jetzt für mich, wir verschließen hier unsere Gemeindetore und behalten diesen schönen Schatz für uns. Wir stellen die Kerze unter eine Glocke. Oder bist du froh darüber, wenn du unchristliche Freunde hast? Finde ich super. Wenn wir unchristliche Freunde haben, wo wir ein Zeugnis sein können und die Leute zum Evangelium hinziehen können. Wie sieht deine Frucht aus? Gibst du den Leuten dort, wo du die Not siehst? Ist dir das, aus der Liebe heraus, ist dir das wichtig, wie es den Leuten in der Gemeinde geht? Und kommt dann automatisch etwas in dir hoch, was sagt, ja, dem muss ich jetzt helfen, weil der hat eine Not und ich habe keine Not. Jetzt kann ich dem doch von meinem, nicht Überfluss, sondern von mir was geben. Unterstützt du den Dienst Gottes in der Evangelisation? Unterstützt du die Gemeindeleitung, den Gemeindebau hier vor Ort? Sowohl finanziell, als auch, dass man sich selber einbringt. Weil Geld ist ja nur eingefrorene Arbeit, haben wir festgestellt. Das heißt, wir können auch selber unsere Arbeit hier investieren. Wir haben jetzt einiges zu prüfen. Wenn wir uns das so anschauen, man hat einiges jetzt zu kauen an dieser Folie. Und lass das vielleicht heute ein Neuanfang sein. Vielleicht sagst du, diese tiefe, bedingungslose Liebe, die habe ich noch nicht zu jedem in der Gemeinde hier auch. Vielleicht hast du etwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo Gott noch nicht ganz Herr aller Dinge ist. Vielleicht ist das Geld und wir haben gelernt von den Pharisäern, die sehen das nicht ein, dass es das Geld ist. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, nein, das ist nicht mein Problem. Ich habe doch eh nicht so viel wie die anderen, wie die Reichen. Aber merkst selber nicht, dass du vielleicht selber ein Problem damit hast. Und dann kann man gucken. Hast du diese Motivation und ist das für dich selbstverständlich, dass du auch von deinem Geld was hin gibst, da wo die Not ist oder unterstützt die Mission, die Weltmission, damit Menschen zum Glauben finden? Vielleicht ist es das Geld und du weißt es wirklich nicht. Aber vielleicht sind es auch andere Dinge, wo du so eine Kammer, du hast Gott vielleicht angenommen, aber du hast so eine Mauer irgendwo noch in deinem Herzen und Gott klopft an, aber du hörst das nicht. Du hörst es vielleicht, aber du willst es nicht verstehen. Dann übergibt das Gott. Das ist ein Prozess und das ist eine Entscheidung, wo Gott zieht, wenn wir das spüren, dann abzugeben. Das Klopfen, wenn wir das hören. Oder bete, also das ist ein klarer Aufruf jetzt, dann das zu verstehen oder erstmal dafür zu beten, dass Gott unsere Herzen öffnet, dass Gott uns die Gelegenheit schenkt, dass wir das einsehen können, dass wir das verstehen können und dann auch umsetzen können. Und am besten ist es, das sage ich aus Erfahrung, am besten ist es, wenn du mit deiner Not dann zu jemandem gehst in der Gemeinde, jemandem, den du vertrauen kannst und jemand wird dir dann helfend lieben. Und ich sage dir, das tut dann richtig gut, das abzugeben. Und dann wirst du in so eine emotionale Welle kommen, wo du sagst, ey, es ist super, was ich mache. Dieses Abgeben dieser Last, dann suchst du direkt noch, wo kann ich noch was abgeben, weil das so befreiend ist, wirklich. Und ich sage dir ganz gewiss, in diesem Raum hier sitzen Dutzende Menschen, die dich wirklich lieben und die daran interessiert sind, nur zu hören, was du für eine Not hast und dich dann unterstützen wollen, mit dir zusammen beten wollen. Mein Wunsch ist es, dass wir alle zueinander sagen können, dass ich zu dir und du zu mir sagen kannst, ja, ich liebe dich auf eine ganz persönliche Art und Weise. Liebe ist der Schlüssel, haben wir gelernt. Wenn Liebe da ist, dann läuft der Laden. So habe ich das hier noch nachträglich reingeschrieben. Und ich hoffe, dass wir alle so beten können heute. Dass wir beten können, Vater, bitte gib mir diese tiefe Liebe zu meinem Nächsten, gerade in der Gemeinde auch. Und Vater, bitte forme unsere Gemeinde zu einem Herz und einer Seele. Und ich gebe mich als ein Werkzeug für den Heiligen Geist, bereit. Und Gott, bitte wirke durch den Geist in mir, dass ich Frucht bringen kann. Und Gott, bitte nehme mein Geld und gebrauche es dort, wo es benötigt wird. Amen. Das ist der Schluss der Reihe Umgang mit Geld. In zwei Punkten, in zwei Vorträgen und nächstes Mal im Neujahr geht es weiter. ... Und vielleicht